Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Fuck Why. Lö 4. Oh. Ich habe dich gesucht, glaube ich. Ja, Tier heute, danke schön. Nee. Habe ich nicht. Ich suche Schneeleoparden. Die sollen hier sein in der Nähe. Habt ihr welche gesehen? Vielleicht? Nicht. Das machen wir jetzt nämlich mal ein bisschen in der Folge. Denn die benötigen wir ja noch diverse Male für, was denn eigentlich, das hier. Ah, für die Schwermunition und für die Sprengstofftasche. Sehr schön. Ja, Geldbeutel. Ja gut, dadurch, dass wir jetzt Geld nicht mehr so viel für andere Sachen benötigen, sondern eigentlich nur für Munition und eventuell für die eine oder andere Waffe. Kann es natürlich sein, dass wir jetzt etwas mehr Geld ansammeln könnten, sofern wir noch diverse Nebenmissionen erledigen. Ach, guck mal da. Da haben sie mich gesehen und dann waren sie auch schon tot. Oder auch nicht. Weißt du jetzt Bescheid, ne? Ich hör dich. Ich hör dich, Schneeli. 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 Du bist nicht Schneeli, oder? Bist du ein Schneeleopard? Du siehst jetzt nicht anders aus als der eben. Ach, Schneeliopard. Hat sich hier gerade ein Schwein gelegt. Aber, Schwein interessiert mich gerade nicht. Ach gut. Jetzt würde ich schon einen davon erschießen. Weil ich dachte, das ist eine Geiselnahme oder so. Nicht, man weiß ja nie. Schneelis, wo seid ihr? Ich brauch noch ein paar von euch. Puh. Mach nur auf. Ach, herrje. Moment. Also, das hätte mich jetzt auch gewundert. Macht Spaß. So, ne? Jetzt ist aber gut. Willst du mich verarschen, Alter? Superman, weißt du? Was habt ihr denn hier mit dem Turm? Sagt mal, Leute. Stimmt denn nicht mit euch? Der Turm ist kaputt. Den könnt ihr vergessen. Gell ist nicht hier. Was? Wer sagt denn sowas? Alter, fahr nicht so schnell, ey. Ach, fick dich. Oh, grüß einfach. So, habt ihr es jetzt mal langsam. Was ist jetzt von euch gucken, wenn ihr noch rum? Mann. Muss auch mal ein bisschen... Oh, kommt da wieder nicht hoch, der alte Sack. Na, ich muss auch mal hier... ...und so... ...eure Kollegen ausplündern. Schade. Irgendwo, da ist halt... ...irgendwo, da ist halt... ...irgendwo, da ist halt... ...ir seid aber kuschelig. ...irgendwo. Oh, oh. Schöner Salto, mein Kleiner. Es tut mir leid. Du wolltest mich angreifen, ich hab's gesehen. Oh, warte. Ein Karma-Ereignis. Aber ich glaube, das... ...Fahrzeug kommt hier nur immer wieder her... ...und fährt wieder weg, ne? Der fährt hier irgendwie Patrouille oder so. Keine Ahnung. Den krieg ich doch nie irgendwie, ey. Tust du nicht. Was sag dich du mal? Ah. Ähm. Ist grad ungünstig. Hallo? Und schnell rückwärts. Gut. So. Aber ich war ja eigentlich auf der Suche nach Leoparden, ne? Schnell-Leoparden, um genau zu sein. Und ich hab erst einen gefunden. Hm. Na, komm, ist egal. Dann... ... ... ... Ich hab's noch das hier holen. Da hätten wir das Gebiet hier komplett für uns schon mal. Könnten aber auch eine Mission machen. Aber ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich möchte erst mal da hin. Nö. Machen wir sowas mal erst mal. Oh, scheiße. Das war blöd. Egal. Da ist ein Fahrzeug. Da ist ein Fahrzeug. Das ist super. Da kommt gleich noch welche. Da kommt gleich noch welche. Alter. Da ist ein Fahrzeug. ... ... ... Alter, ist das viel schnell. Meine Güte. War der mal schnell. Heidewitzka. Sambarfell. Was denn, Sambar? Was, deine Mama oder was? So. Wir reisen zum... Also, wer hat denn diese ganzen Schrottfahrzeuge hier in den Weg gestellt? Ach, Leute, gibt's... Nee, nee, nee. Ja, Paramin wird auch noch zugrund gerichtet. Das kannst du wissen. AJ geil bin ich, Mann. Lass mal die... Die Schnieper. Ne, mit der Schnieper macht alles am meisten Spaß. Grad irgendwie so diese Dinger einnehmen. Oh Gott. Ja, warte mal. Mal sehen. Mal sehen. Und jetzt... Viel Liebe zum Detail vor allem. Mal sehen. Ja, sehr schön. Lass mal den alten Tiger in Ruhe. Was seid ihr denn alle? Kann ich hier vielleicht ein bisschen... Moni abgreifen? Ne, ne? Moni wohl nicht unbedingt... Nee, das ist mir zu riskant, da hochzuklettern. Haben wir vielleicht noch ein Tierchen? Für die Freunde da draußen? Scheinten nicht so zu... Schnappst du dir das mal her, ja, ja. Hier gibt's niemanden. Nein, da schießt gar keiner. Scheiße. Ich habe den Alarm vergessen. Oh, ich muss jetzt mal schützen dafür. Hier liegt auf jeden Fall was. Jo. Oh, nö, ne? Jetzt lädt er nach, der Arschficker. Ah, ja, was ist denn da? Meine Leute sind da. Alter. Okay, die Kerle sind ein bisschen nervig. Alter, ich habe gar keinen Mundi mehr, ne? Okay, das war doof. Ich habe den Alarm halt vergessen, auszuschalten vorher. Das ist natürlich das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Dass ich erstmal den Alarm ausschalte. Denn das... ...habe ich ein wenig vergessen. Jetzt mal so ein paar einzelne Idioten. Ich muss nämlich auch erstmal... ...die Alarm-Dinger finden, aber ich sehe gerade gar keinen. Okay, ich gehe von hinten. Da ist einer. Oh. Oh. Das war der eine. Aber wo ist der andere Alarm? Hm. Alles sauber. Gucken, ob es hier noch ein paar Tierchen gibt. Wohl nicht. Doch. Was ist denn der zweite Alarm? Ich denke, hier gibt es zwei. Zwei Alarme. Ach, hier. Oh, der ist doch noch... Sehr schön. Der Alarm knappt nicht, nee. Das ist ja ungünstig. Ja. Ja. Das mache ich auch. So geht's schnell. Wenn man den Alarm erstmal weg hat. Kein Alarm. Wie auch. Der Alarm hat's nicht überlebt. Na bitte, geht doch. Leute, geht doch. Oh. Da ist schon wieder eine... ...Dingsmission. Ne? Ja. Fashion Week. Aber erstmal würde ich gern... Da komme ich nicht ran. Hier sind Bienen. Erstmal muss ich einkaufen nochmal. Und zwar geht das hier drinnen wohl. Alter, das nervt mich ja jetzt schon. Ich bin doch nicht wirklich drinnen. Da kommst du mir schon mitgehört zu denen. Nö. Nö. Du stinkst. Lass mich in Ruhe. Ich rette doch hier nicht hin. Nein, machen wir natürlich. Beim nächsten Mal. Pipa-Polizei. So. Das haben wir. Alles nachfüllen ist ein Schnäppchen. 117.000. Ich fasse es nicht. Wir müssen mal wieder nach Hause, damit wir unser... ...Zeug so ein bisschen nachfüllen können. Das machen wir auch gleich mal. Ne? Wir haben jetzt hier... Wir können jetzt hier schnell reisen. Und wir waren ja auch schon eine Weile nicht mehr zu Hause. Von daher. Machen wir das mal. Ne? Holen wir uns draußen. Unser Ding. Und vor allem... ...legen wir wieder vernünftige Waffe an. Und so. Und wir könnten jetzt auch hier wieder... Ah ja, meine Schweinsche. So, wir können doch mal gucken, wie es hier mit dem Geld aussieht. Wächst nichts bei dir? Nein? Dauert noch? Okay. Wurfmesser haben wir ja keine verwendet. So, wie gesagt, bei dem gibt es nichts Neues. Aber wir können auch auf die Karte gucken, denn... ...da stand ja, es gibt neue Aktivitäten. T-T-T. Na, gucken wir mal. So. Aber vermutlich war damit nur halt... ...das normale Zeug gemeint. Ja, ja. So, das hier holen wir uns später noch. Und das. Und... Äh... Ja, Pagamins Festung. Die... Oh, das wird natürlich der Höhepunkt, denke ich mal. Aber vorher haben wir natürlich noch die Mission von Höök, die von Longyus, die hier. Das wird alles noch erledigt. Ich reise jetzt aber noch mal dahin, damit ich beim nächsten Mal weiß, dass ich hier was machen wollte. Nämlich die Geißerrettung. Ne? Danke, wenn du zurückkommst. Oh, ja. Ich hab dich gar nicht freigemacht. Wer war das denn? Welcher Arsch? Egal. Ähm. Ja, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten, wenn's euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sag ich bis dahin. Tschüss, bye bye.